Eine erfolgreiche Energiewende bedeutet die Kombination von Versorgungssicherheit, Bezahlerkeit und Umweltverträglichkeit mit innovativem und intelligentem Klimaschutz. Dafür werden alternative Optionen zu den derzeit noch eingesetzten fossilen Energieträgern benötigt. Wir sehen die Wasserstofftechnologie als exzellente Chance, um diese Ziele zu erreichen. Durch die Verbindung und Optimierung der drei energiewirtschaftlichen Sektoren, Strom, Wärme und Verkehr durch den Energieträger Wasserstoff, die sogenannte Sektorenkopplung, sollen Synergien effizient genutzt werden. Das Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz wird mit seiner Anschlussleistung von ca. 10 Megawatt der Standort für die Entwicklung und Erprobung von zukunftsfähigen und nachhaltigen Wasserstofftechnologien in Sachsen und Europa. Hierbei profitieren wir von Synergieeffekten aus Forschungskompetenzen der Fraunhofer Institute, IWU und IMWS. Unsere Forscherteams werden an Testplätzen zu weltweit einzigartigen Bedingungen Modellprojekte entwickeln und ihr gewonnenes Wissen international austauschen. Unsere Forschungsschwerpunkte liegen dabei im Bereich Wasserstofferzeugung, Speicherung und der Nutzung von Wasserstoff in mobilen sowie stationären Brennstoffzellen für die Mobilität und zur Versorgung von Quartieren und Industriestandorten. Dazu gehören vor allem die Evaluierung von Stacks und Systemen, Mikrostrukturanalytik, Digitalisierung, Zertifizierung von Wasserstofftechnologien, Produktionsverfahren sowie Leistungselektronik. Das HLG zieht weitere neue Industrie- und Technologiepartner an und stärkt damit maßgeblich die Wirtschaftsregion Lausitz. Dabei ist es uns ein Anliegen, schon frühzeitig Ausbildung, angewandte Forschung und Praxis eng miteinander zu verknüpfen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit Kompetenz und Wirtschaftskraft in die Region zu ziehen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, das Land Sachsen und die Wirtschaftsregion Lausitz zum Technologieführer und zur einzigartigen Wasserstoff-Modellregion mit Innovationscampus, Forschungszentrum mit europäischer und globaler Relevanz zu entwickeln. Damit rückt die Energie- und Mobilitätswende in greifbare Nähe und sichert unser aller Zukunft. Fraunhofer Hydrogen Lab Görlitz Fraunhofer Hydrogen Lab Fraunhofer Hydrogen Lab Vielen Dank.